Hey, Girls! Auf geht's! Und ihr könnt dabei sein. Nach Neujahrs on Tour! Vier Flirt-Tipps für die Schule. Wie man's macht und wie nicht. Tipp 1. Briefchen schreiben. 1814, 1815, 1922. War die Kolonialpolitik ganz besonders für die Kinder. Da ist ganz viele Kolonien, in denen die Germanenheit beispielsweise auch in den italienischen Gebieten der auch noch eine Massezeit war. Und wenn es jetzt in der Komponente gibt. Kursios, 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 1818, 1922, 1884, in der Kalonialpolitik und es für die Komponente und Waffen-Pflegter hattest du eben in der Kalonial-Gegend A- A- Von Sophia Aniko! Uuuuuh! Willst du mit mir gehen? Ja? Nein? Vielleicht. Toastbrot? Was meint ihr? Ja! Nein! 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 Kursios, Brot! Tipp 2. Hilfsbereitschaft. Musik 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 Alex Psst Hey, Alex, Alex, geht's noch? Täuschungsversuch. Sechs. Täuschungsversuch. Tipp 4 Was sich liebt Spinnst du? Ja Ich mach sie nicht, ich will sie Alle, alle, alle Ich fasse dich nicht durch Oh nein, nein Ich weiß aber nicht Ich hab schon gekommen Roseinsettel Hab ich sonst drauf Ähm Ja Ja, das soll übertrieben sein Das soll total knoll sich sein Das soll ganz schön sein Das soll ganz schön sein